Hey Leute, willkommen zurück hier in Moonlight Falls. Wir sind gerade bei Bella Swain oder im Haushalt Swain angekommen. Die feiern heute eine Party. Es sieht auch schon sehr nach Party aus hier. Gehen wir doch einfach mal gemeinsam hier hin und schauen, ob wir da noch irgendwie ein bisschen Partystimmung bekommen können. Ja, ich habe seit, ich habe letzte Folge unser schönes Schwimmbadgrundstück in Moonlight Falls platziert. Das hatte ich sowieso vor, weil das jemand mal gefragt hatte. Oh, er wird auch langsam müde. Schade, aber wir hatten trotzdem einen schönen Abend, haben uns mit beiden angefreundet scheinbar. Denke ich mal, haben wir uns mit ihnen angefreundet? Mit ihr? Ja, naja, wir sind nicht ganz befreundet, aber immerhin so ein bisschen. Ähm, genau. Du kannst dann mal nach Hause kommen, kannst was zu Abend essen. Wie wäre es mit Spanakupita? Danach kannst du auf Toilette gehen, Szene putzen und dann schauen wir mal, was du danach noch machst. So, wie gesagt, hier Party. Party mit Partystimmung. Haben wir denn hier irgendwo, abgesehen von diesem winzigen Raum, noch Musikanlage? Ja, da oben. Gehen wir doch da oben mal. Hin und tanzen ein bisschen. Wie wäre es, wenn wir da auf... Ja, wir lassen einfach mal auf Indy. Können da oben ein bisschen tanzen. Vielleicht macht hier jemand Essen? Nein? Okay, hätte ja sein können. Okay, die beiden Tanzen da. Ich finde den Ort da aber nicht so cool. Ich finde es hier oben auf jeden Fall ein bisschen gemütlicher. Zum Tanzen. Dann können wir doch einfach mal ein bisschen langsam tanzen zusammen. Das wird hoffentlich auch Spaß machen. Wie, wenn nicht. Alfred hat's besten Freund gewonnen. Oh, warte mal, sind wir schon gut befreundet mit ihm direkt? Nee, okay. Normal. Ich dachte schon, das wäre mir wieder so verbuggt. Okay, ja, genau. Du... Oh, warte mal, kommt Alfred gerade mit? Nee, okay, das war Finn. Ich dachte erst, das ist Alfred. Okay, genau. Du frühstückst, oder nicht, du frühstückst, du isst was zu Abend. Das passt schon. Ach ja, bevor ich das dann vergesse, können wir gleich nochmal nach Mr. Speck schauen, ihn beobachten und schauen derweil mal zu Fins Eltern. Ja, ich überlege halt noch, weil eigentlich ist Sonntag doch der perfekte Tag für einen Umzug, dass wir nächste Folge mit Steve, Indira, Dominik und dem kleinen Lemmy weitermachen. Fände ich auf jeden Fall ganz cool. Na, die beiden tanzen ja so. Also, weiß ich nicht, was für eine Art Party das hier ist, aber hey. Eine Privatparty. Wow, hier hängen einfach Fische an der Wand. Okay, das wusste ich auch noch nicht. Macht hier irgendjemand Essen? Nee, ne? Und Bailey steht im überschwemmten Badezimmer. Das ist ja eine tolle Party. Oh, Amine ist auch hier. Er ist auch vom Schwimmbad hergekommen. Vielleicht hat Ryan Bescheid gesagt. Ähm, okay. Und du gehst in das überschwemmte Badezimmer? Hey, Bernadette. Hallo, schön, dass ihr alle hier seid. Macht irgendjemand Essen vielleicht? Das wäre gerade ganz cool, wenn wir Essen hätten. Na. Aber es ist so süß, wie die beiden da tanzen. Irgendjemand Essen vielleicht? Ähm, wie wäre es denn, wenn jemand irgendwie einfach was grillt? Haben wir denn, hat irgendjemand von uns dieses, ähm, wir machen dieses, ähm, trampelt hier aber lustig. Und dann kannst du vielleicht hier einfach mal ein paar Hotdogs grillen. Das wäre doch, glaube ich, ganz cool. Ah, nee, warte mal. Wenn schon, dann machst du das passend für deinen Mann. Ein paar Tofu-Hotdogs. So, und du möchtest mit ihr zusammen tanzen. Okay, können wir gerne machen. Dann hast du ein bisschen eine Beschäftigung, während Stella was zu essen macht. Und wie sieht's bei euch aus? Oder bei dir besser gesagt. Du putzt noch deine Zähne, okay. Genau, dann schauen wir mal nach Mr. Speck. Ähm, kannst du sonst noch ein bisschen was machen? Vielleicht kannst du hier noch ein bisschen mit den Bauklötzen spielen, bevor du schlafen gehst. Weil du musst ja jetzt auch nicht unbedingt so früh schlafen gehen. Äh, warum? Okay. Dann quatschen wir doch mal mit Bailey. So, theoretisch sollte sich hier keiner beschweren. Weil sie ja jetzt extra die Lebenszeitbelohnung bekommen hat. Oh, aha. Dann macht hier also jemand eine Befragung mitten auf der Party. Flint haben wir auch umgestylt. Das sieht man. Der sieht nämlich viel zu gut aus, um sich von sich aus dieses Outfit gegeben zu haben. Nicht, dass ich hier irgendwie den Geschmack von Flint in Frage stellen möchte, aber ich bezweifle, dass das Flints Geschmack ist. Oh, fantastische Party veranstaltet. Ach so, wegen glücklichen Gästen. Hä? Okay. Wir haben ja eigentlich gar keine Party veranstaltet. Ach nee. Zählt das noch etwa von der vorherigen Party? Von der Geburtstagsparty? Ah, krass. Die ist ja jetzt schon echt lange her. So, ich hoffe, die werden gut. Die Hot Dogs sind nämlich das einzige Essen für alle. Das wäre sehr schön, Stella. Wenn du das so mitkommen würdest. Weil so gut kochen kann sie nämlich auch. Naja, gut, doch. Sie ist fast Stufe 6. Ich dachte, das ist nicht so unter den Tisch gehren. Aber irgendwie habe ich eben noch das Gefühl, dass Stella nicht so besonders gut kochen kann. Ryan kann auf jeden Fall nicht so gut kochen wie sie. Vielleicht habe ich die Erinnerung noch von vorher. Als ich es halt noch nicht so gut konnte. Das sieht eigentlich sehr souverän aus. Souverän sieht das aus. So. Es ist schon nach Mitternacht. Du solltest vielleicht doch mal schlafen. So. Sehr schön. Warte, keinen Teller nehmen. Keinen Teller nehmen. Dann kannst du auch mal einen Teller nehmen. Dann können wir wenigstens beide essen. Naja, jetzt ist es ruhig weiter. Oh. Hier ist so eine Kugel. Was könnten wir denn fragen? Hm. Werde ich reich sein? Soll ich draußen spielen? Muss ich ab? Das ist alles nicht so was, was irgendwie für Stella wichtig ist. Diese Fragen. Deswegen stellen wir sie einfach mal nicht. Und die Party ist vorbei. Ja, jetzt geht es ja auch langsam ans Essen, ne? Ja, wir essen hier noch gemütlich zu Ende. Und dann würde ich sagen, gehen wir. Oh. Ja gut. Bailey geht jetzt auch schlafen. Kann ich verstehen, dass die Party zu Ende ist. Wie ist das eigentlich? Ach, das ist ja Chester Swain, ne? Und das ist nicht der Vater. So, ich muss mir einfach mal die Familienverhältnisse von denen anschauen. Aber ja, die haben getrennte Schlafzimmer. Macht natürlich Sinn. Ich mach hier mal für euch die, ähm, die Dingens aus. Können wir die vielleicht die Reste wegstellen für die Leute hier? Das wäre sehr cool, dass die davon auch noch länger essen können. Das wäre ja eigentlich ganz freundlich. Oh, wolltest du gerade, warte mal, willst du dir gerade einen Teller holen? Dann möchte ich dir natürlich nicht im Weg stehen. Ja, er möchte sich gerade einen Teller holen. Danach räume ich einfach mal weg. Außer er räumt jetzt weg? Ne. Okay, dann stellen wir mal die Reste für euch weg. Ähm, aufräumen könnt ihr ja wohl gefällig selber. Also bitte. Als ob ich hier für die einfach aufräume. Wir können dann aber nach Hause gehen. Ähm, ja. Und ich weiß gar nicht, ich würde am liebsten jetzt die Folge beenden. Ähm, weil dann können wir den nächsten Tag schön umziehen. Aber das ist ja nicht das Konzept. Ich habe zumindest bisher noch nie eine Folge bei dem einen Sim begonnen und bei dem anderen aufgehört. Also dass wir halt in der Folge den Haushalt gewechselt haben. Ich meine, vielleicht wäre es mal an der Zeit, äh, ne? Sowas mal zu machen. Weil ich, ich weiß nicht, ob ich mitten in der Folge mitten am Tag aufhören möchte. Äh. Ich weiß es noch nicht. Wir können natürlich auch einfach mitten am Tag dann umziehen. Dann ist das auch nicht so, dass der Umzug mitten am Tag stattfindet. Vielleicht macht das schon mehr Sinn. Ja. Dann mache ich das so. Dann machen wir die Folge hier noch zu Ende. Bis zum nächsten Tag. Ähm, können nochmal die Gruppe auflösen. So, und sie hat sich auch köstlich amüsiert. Das freut mich. Und dann könnt ihr beiden hier mal schlafen gehen. Dann geht es nämlich auch für euch ab ins Bett. Und dann haben wir noch den Sonntag, wo der gute Finn noch seine Hausaufgaben machen muss. Äh, und wo es ansonsten gut aussieht. Ich meine, er hat eh schon eine Eins. Besser wird es auch bei Finn nicht mehr. Aber vielleicht kann er ja mal wieder angeln gehen manchmal. Woran könnten wir arbeiten? Am Angeln? Ähm, äh. Ja, an der Logik auf jeden Fall. Was gibt es denn sonst noch so für Fähigkeiten, an denen wir arbeiten sollten? Ähm, wie gesagt, Lavier spielen sollte er auf jeden Fall mal wieder. Ähm. Worauf könnte ich noch arbeiten, hinarbeiten? Kann er schon zaubern? Nee, ne? Ich glaube nicht. Ich glaube, er kann noch nicht zaubern. Ich glaube, die meisten Fähigkeiten kann er sich erst als Erwachsenen, äh, oder als Teenager vor allem erst, äh, ausüben. Da wird er auf jeden Fall auch ein sehr vielbeschäftigter Teenager sein, kann ich mir vorstellen. Ich glaube, er wird schon immer irgendwie in einem Hobby arbeiten. Ähm, so stelle ich mir das jedenfalls vor. Das wäre eigentlich ganz cool. Ja, und, äh, so lange dauert die Nacht eigentlich auch gar nicht. Diesmal kommt hoffentlich kein Dieb oder sonst wer vorbei, der hier unsere Nacht stört, sondern wir können hier ganz unbedacht einfach ausschlafen. Ähm, ja, und ich muss noch mal schauen. Also, den Großteil des Geldes für Steves neues Haus sollte er eigentlich selbst aufkriegen können, aber ich denke mal, wenn nicht, werden wir bei Stella und Ryan nochmal so ein bisschen Budget als Starthilfe für die, für die kleine Familie geben. Ich denke mal, da würden Stella und Ryan keine Sekunde nachdenken, sondern denen auf jeden Fall sofort helfen, weil, äh, erstens mal sind sie halt Freunde von den beiden. Also, ja, Steve ist, äh, auf jeden Fall super gut mit, äh, Ryan befreundet. Bei Stella weiß ich gar nicht so genau, ähm, wie gut sie die beiden kennt. Äh, Stella ist auf jeden Fall super gut mit Indira befreundet. Ähm, die wird wahrscheinlich auch nicht, äh, für immer ihre Kollegin sein, weil da werde ich, äh, da werde ich was dran ändern, wenn wir mit ihr aktiv spielen. Ich glaube, Steve kennt sie auch nicht so gut, ne? Nee. Ah, vielleicht können wir da auch einfach was dran ändern. Vielleicht, also ich würde auf jeden Fall gerne zum Beispiel eine Einweihungsparty machen bei, äh, Steve. Das wäre dann vielleicht direkt nächste Folge schon, dann am Abend quasi nach dem Umzug die Partyfeiern so tun, als hätten die vielleicht alle geholfen beim Umzug. Als hätten die da die Sachen transportiert und haben sich dann natürlich eine Einweihungsfeier verdient. Ja. Gärtner möchtest du lernen? Und möchte Ryan Gärtner lernen? Ähm, ja. Schreiben, uh, ich möchte auf jeden Fall, dass, äh, dass Finn auch schreiben lernt, dass er dann als Teenager hier einen Laptop bekommt. Das wäre richtig gut. Und ich weiß nicht, ob malen, also ich glaube malen muss er nicht. Das ist vielleicht eine der wenigen Fähigkeiten, die er nicht unbedingt lernen muss. Aber Schreiben, Logik auf jeden Fall weiterhin, Athletik, ähm, auf jeden Fall Klavierspielen, vielleicht auch Geige. Also so ein bisschen klassischere Instrumente, dass er Geige und Klavierspielen lernt. Finde ich cool. So, guten Morgen, Finn. Wir reden gerade über deine Zukunft und wie wir dein ganzes Leben verplanen. Ich hoffe, du freust dich schon. Ähm, ja. Gut, dann kannst du das mal aufräumen. Du kannst noch mal ein bisschen, ein paar Waffeln zum Frühstück essen. Ähm. Ach, lass uns doch einfach mal den Tag ein bisschen schöner starten. Oh, da hatte jemand die gleiche Idee wie ich. Finde ich immer gut, wenn Ryan und ich die gleiche Idee haben. So. Ähm. Warte mal, wenn ich die beiden knuddeln lasse. Oder warte mal. Ja, ein bisschen auf dem Bett plaudern. Weil ich möchte ja erstmal den Wunsch hier erfüllen. Dann können wir nämlich den Nächsten festlegen. Hä? Und dadurch ist er jetzt ein Nerd geworden. Dadurch, dass er geredet hat mit ihr. Okay. Ja. Und geredet. So. Dann können wir den anderen Wunsch auch erfüllen. Finn ist hier schon mal in der Küche fleißig. Mit dem Geschirr spülen, nachdem er es gestern nicht mehr gemacht hat. Ne, Finn? Okay. Dann kannst du hier mal die Zähne putzen. Können wir nochmal nach Mr. Speck schauen. Und dann nochmal Hausaufgaben machen. Die beiden kannst du eigentlich, obwohl, warte mal, kannst du, kannst du die auch schleifen? In der Schleifmaschine? Ne, ne? Vielleicht kannst du das dann mal als Teenager machen. Weil er soll ja auf jeden Fall seine Hexenfähigkeiten auch so ausnutzen. Ist ja nicht so, als ob er die ignorieren soll. Also, genau, was er auf jeden Fall auch dazu zählt, zu den ganzen Fähigkeiten, die er lernen soll, ist vor allem die Besenflugfähigkeit. Daran würde ich gerne mit ihm arbeiten, dass er gut fliegen kann, mit dem Besen. Dass wir ihm da vielleicht auch einen richtig coolen Besen kaufen. Tränke vielleicht weniger, also zaubern. Und Besenflug fände ich cool. Vielleicht, ich weiß gar nicht, gibt es Zauberer-Duelle? Ich habe da noch nie so stark dran gearbeitet. Ob das tatsächlich, äh, ob es das tatsächlich gibt, fände ich aber ganz cool. Wenn es das gibt, würde ich es auf jeden Fall gerne auch mit Finn machen. Aber halt weniger die Tränke. Die Tränke kann er ja dann von seiner Mutter bekommen. Oh, da ist gar nichts mehr drin. Warum sieht man da nichts? Das ist ja komisch. Naja, gut. Du musst heute auch wieder arbeiten, ne? Ich glaube schon. Dann kannst du aber hier wieder in den Garten fliegen. Ich überlege die ganze Zeit noch, was können wir denn mit Stella noch so Schönes machen? Ach, du spielst Bass? Okay. Und Fotografie hat sie auch so ein bisschen gelernt. Vielleicht können wir das da auch nochmal verbessern. Ryan, mein Lieber, ähm, wie gut bist du denn in Geschicklichkeit? Auch schon ziemlich gut, was? Ähm, Kampfkunst. Kampfkunst. Ach, warte mal. Ich weiß, was wir machen. Wir werden, ähm, wir werden dem guten Finn ein bisschen bei den Hausaufgaben helfen. Das ist immer eine gute Sache. Du kannst ein bisschen nach Mr. Speck schauen. Genau. Und dann fragen wir hier mal Papa, ob wir Hilfe bekommen können. Ich hoffe nur nicht, dass sie nach draußen gehen dafür, sondern dass sie sich einen guten Ort dafür suchen. Genau. Stellas Fahrgemeinschaft kommt bald. Das Gute ist, hier wird sie immerhin nicht nass, weil das ist schön überdacht. Andererseits werden natürlich auch die Pflanzen nicht nass. Die muss man also immer selber gießen. Okay. Aber, ja, der Nachteil vom, des, des Umzugs heute ist natürlich, dass es regnet. Das ist also kein schöner, kein schöner Zeitpunkt für einen Umzug insofern. Aber, das passt schon. Das wird schon. Ja. Ähm, ist aber eher so ein, so ein gemütlicher Sonntag. Ich überlege echt noch, was wir mit den beiden vielleicht machen können. Dass die beiden vielleicht noch irgendwie einen Ausflug machen können. Hm, so ein bisschen in Richtung Camping-Ausflug vielleicht. Ich weiß noch nicht, ob wir sowas haben. Dann könnten wir nämlich hier irgendwie zelten gehen. Haben wir sowas? Haben wir ein Zelt? Lass eben kurz gucken. Was ist das hier eigentlich? Eine Jahrestagstafel. Uh, das wusste ich gar nicht, dass es das gibt. Das ist ja klasse. Können wir die hier hinhängen? Mein Gott, eine Jahrestagstafel. Ist die cool. Die hänge ich mal woanders hin. Wie wäre es, wenn wir die... Äh. Ja. Ja, Spiel. Ist okay. Ähm, wie wäre es, wenn wir die hier hinhängen? Ja. Das ist ja richtig cool. Hä? So. Dann, was ich auch noch gesehen habe. Du hast ja noch eine Blume bei dir. Hier, wie wäre es mit der Blume, wenn wir die da hinstellen? Okay. Ähm, ach ja, was ich gucken wollte. Haben wir sowas? Ja, wir haben ein Zelt. Komm, dann gehen wir zelten mit den beiden, nachdem sie, ähm, da fertig sind. Okay. Finde ich auf jeden Fall cool. Können wir hier hingehen? Oder gibt es noch einen Ort, der ein bisschen schöner ist zum Zelten gehen? Ich glaube, das ist so ziemlich der beste Ort. Ja, oder? Ja, wir könnten natürlich auch noch zum Strand gehen. Aber ich bin eher für... Warte mal, war hier drüben nicht irgendwo auch noch ein Strand? Wir hatten da irgendwie zwei? Oder nicht? Ah, genau hier, ne? Nee, aber wir gehen, wir gehen einfach mal da oben hin. Ich habe keine Ahnung, ob man da irgendwo ein Zelt hinstellen kann. Aber wir gehen einfach trotzdem mal da hin mit Finn. Weil, das stelle ich mir sehr cool vor. Uh, und? Was ich auch cool fände, wenn wir irgendwie das Boot da nutzen könnten, was wir da haben. So, ähm, du bist noch nicht befördert worden, was? Dann sollten wir auf jeden Fall nochmal ein bisschen weiter dran arbeiten. Wie sieht eigentlich die Alchemie aus? Wie hat die das letzte Mal geholfen? Ja, noch ein ganzes Stück. Gehen wir jetzt natürlich an einem ganz schön verregneten Tag, ähm, zum Camping. Aber das ist ja auch okay. Ich überlege halt, ähm, ich meine, klar, wir haben jetzt das Zelt mitgenommen, damit wir eigentlich übernachten können. Aber wir können ja auch einfach nur nachmittags campen gehen. Oh, das wollte ich gar nicht. Ich wollte einfach auf das Grundstück zentrieren, aber das ist ja natürlich nicht unser Zuhause. So, okay. Haben wir hier denn irgendwie einen Grill oder sowas? Nee, ne? Gar nicht. Wir haben gar nichts hier. Ähm, dann sollten wir nächstes Mal das Zelt platzieren. Können wir das auch mit Move Objects Off platzieren? Das wäre ganz wichtig. Hier können wir es platzieren. Okay. Dann werde ich vielleicht auf dem Grundstück noch mal was zum Grillen platzieren. Hier vielleicht irgendwo hin. Ähm, Moment. Auf diesem Grundstück einkaufen. Packen wir da einfach noch so einen kleinen Grill hin. Weil, äh, so ein bisschen was muss man hier auch machen können, ne? Ansonsten funktioniert das nicht so richtig. Wo haben wir die denn? Hier haben wir unsere Grills. Unsere Grillis. Vielleicht den. Vielleicht das Lagerfeuer. Was passt denn noch? Vielleicht auch einfach das hier. Ich packe mal das hier hin. Vielleicht. Ah ne, das ist ja sogar mit Move Objects Off. Okay, dann passt das ja. Ja, dann kannst du vielleicht mal ein bisschen angeln. Ich fände Angeln auf jeden Fall eine gute Sache. Und dann kannst du eigentlich auch mit angeln, oder? Oder halten die sich dabei eigentlich? Oder wartet mal, genau, was ich nämlich ausprobieren wollte. Ja, okay, man kann ja also nicht irgendwie auf dem Wasser segeln oder so. Oh, hallo Wildpferd. Schön, dass du auch hier bist. Genau, dann geht ihr beiden mal hier ein bisschen gemeinsam angeln. Wo ist denn, wo bist du eigentlich? Ja, hier bist du. Hallo Wildpferd. Schön, dass du hier bist. Das habe ich jetzt, also damit habe ich jetzt auch nicht so gerechnet. Dass du jetzt einfach hierher kommst. Oh, der singt dabei. Wie schön. Okay. Das hätte, das sollte nicht so lang hängen. Na, reden die miteinander? Ja, oder? Oh, die reden miteinander. Oh, ist das süß. Oh, das ist wirklich wunderschön. Da kann man auch mal, da finde ich, kann man auch mal im Regen ein bisschen angeln. Das ist doch schön. Und den Pferd beobachten. Oh, wie ich die ganze Zeit singe. Alter, was ist denn das mit dem Pferd hier? Du verschreckst die ganzen Fische. Oh, und Finn ist auch ein bisschen erfolglos. Äh, nicht Finn. Ryan ist ein bisschen erfolglos. Finn hat den ersten Fisch gefangen. Den können wir zur Not eigentlich auch unserem Vater geben. Alter, du bist vielleicht ein bisschen nah hier beim Angeln. Ich habe das Gefühl, du behinderst unser Angeln ein bisschen. Ich dachte halt, wir sind hier allein mit den Fischen. Ich habe das Gefühl, er mag die Gesellschaft irgendwie von uns. Die Fische scheinen hier nicht anzubeißen. Oh, auch Finn hatte gerade Probleme. Das Pferd ist klasse. Wir haben sonst noch keins gefischt, ne? Wir haben jetzt ja nur den einen Goldfisch. Den kriegst du den mal. Aber ich würde gerne mich hier einmal, ich würde hier gerne mal einmal das Feuer anzünden, mich hier dran setzen. Dann kannst du dich eigentlich auch gerne dran setzen. Fängst du noch einen Fisch? Finn? Das Pferd. Das Pferd, ey. Eine Level 2. Sehr schön. Du fängst nichts mehr, was? Wirz, du kannst dich da nicht ransetzen. Oh, Mann, Ryan. Ich habe das doch extra, ich habe das doch extra hier platziert, damit man das nutzen kann. Oder brauche ich Stühle dafür? Ich dachte, ich dachte immer, die nehmen sich automatisch einen Stuhl. Ich meine, ich kann auch einfach welche hin platzieren, aber ich dachte, die nehmen sich einfach immer einen Stuhl. Verwechsele ich das gerade mit Sims 4? Machen die das nur da? Ich dachte, die machen das auch in Sims 3. So solltest du dich jetzt ans Feuer setzen können, ne? Ja, jetzt kann er das. Okay, dann muss ich wohl doch ein Ding jetzt platzieren. So, du sollst den Goldfisch rösten, genau. Und du kannst ein Marshmallow rösten. Oh, guckt euch mal diese Idylle an. Mit Pferd im Hintergrund, natürlich. Natürlich mit dem Pferd. In der Pose, die war auch schön. Und natürlich ist das Pferd immer noch hier. Das ist klasse. Warum ist es hier? Vielleicht ist das irgendwie so sein Zuhause. Und jetzt ist es sauer, dass wir hier sind. Das kann natürlich auch sein. Aber ja, also, ne? Ist das nicht einfach traumhaft? Ich will die ganze Zeit Fotos machen, weil das hier so schön ist mit dem Wasserfall. Und allem. Oh, Ryan. Dein Sohn hat für dich diesen Fisch gefangen. Jetzt brenn ihn nicht an, ja? Ist ihn gefälligst. Von wegen, der schmeckt eklig. Deine Schuld, ey. Wie er sich da richtig gewählt. Das ist klasse. Schmeckt der Marshmallow wenigstens? Irgendwie habe ich das Gefühl, Finn freut sich auch nicht so wirklich. Ich glaube, die freuen sich eher auf Essen von Stella. Oder zumindest, was auf dem Herd zubereitet wurde. Sagen wir es mal so. Ach ja. Ach ja, ihr beiden, ey. Wie sieht es mit dir aus? Ja, okay. Du hast auf jeden Fall was kommen an Sättigung. Gut. Oh, eine Feuerwehrgeschichte erzählen. Auf jeden Fall. Ja, Leute. Dann würde ich aber auch die heutige Folge beenden. Wir lassen die beiden mal hier noch so ein bisschen den Nachmittag genießen. Und dann schauen wir das nächste Mal tatsächlich zu Steve. Und werden den Umzug vollziehen. Stellen wir uns einfach mal vor, dass die beiden jetzt dazu gerufen werden, natürlich mit beim Umzug zu helfen. Dass sie vielleicht gleich einen Anruf bekommen. Oder Ryan halt einen Anruf bekommen. Und die dann da hingehen. Aber ja, das war es soweit für heute von Ryan, Finn und der guten Stella, die irgendwie die ganze Zeit am Arbeiten ist, wenn sich die anderen amüsieren. Und dann, ja, schauen wir auf jeden Fall, wie es in Steves neuem Zuhause aussieht. Das nächste Mal. Und ich hoffe, da seid ihr wieder mit dabei. Wenn ihr irgendwelche Kommentare, Ideen, Vorschläge und so weiter zu dem Video, zu dem, was wir gemacht haben habt, dann schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Ich freue mich da immer sehr drüber. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.